Ich bin zum Volleyball gekommen, nachdem ich beim Turnen rausgeflogen bin, weil ich zu groß geworden bin. Meine Mutter, die auch Volleyball spielt und mein Vater, haben mich dann zum Volleyball gebracht und mein Bruder hat auch schon Volleyball gespielt und somit sind wir eine richtige Volleyballer-Familie geworden. Also ich bin dieses Jahr fertig geworden mit der Schule, habe mein Abitur gemacht. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, mich erstmal nur auf den Sport zu konzentrieren und nur Volleyball zu spielen. Ich finde allgemein Teamsportarten mega faszinierend. Ich finde Volleyball toll, weil du so viele verschiedene Sachen hast. Du hast nicht nur, dass du einen Ball werfen musst oder so, sondern du musst pritschen, baggern, angreifen können, also du musst eben vielseitige Sachen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.